er ist da in der Mitte zwischen der weißen Hälfte oder weißen Hälfte und schwarze Hälfte also auch schon gerade mit dir danke hey wie weit hat er mich geschleudert ich hab dich genommen, deine ganze Rüstung vor allen Dingen ist die ganze schwarze Hälfte leer von Dinos, alles weg ja ich hab meine Rüstung und alles wieder gefunden so wer hat jetzt alles keine Dodorex-Maske ich nicht, ich mach mal das so, Anna fang mit Arns an, 1,2,3,4,5 1 Anna 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 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 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1 5 5 5 5 5 5 5 6 7 5 9 Okay, hast du ne Maske? Ich hab keine, ne? Ich komm sofort. Kannst du solange noch halten? So, eine liegt noch, Kelebra. Sani, du hast glaube ich meine, oder? Ja, ich hab's eine. Noch ein wieder. Ähh, die Reste. Wenn du, du mal, du mehr auf Spinnen auf, wie zufällt. Okay, super. Du mal mehr töten, dass er mehr Fleisch hat. Ah, abstraktes ist dann noch deine. Dann tun wir den noch ein bisschen hochhallen. Dann hebe ich dir da mal abstrakt, ich hab deine Maske. Wo ist die Brutmutter an der Seite? Helle Seite. Du magst doch gern, dass wir laufen, ne? Da kommt schon ein Rudel Spinnen. Oh, geht's schon los? Oh mein Gott. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Fabi, wo bist du? Was? Bist du Papi? Ah, hier. Ich bin grad. Ich komme grad in deine Richtung. Ähm, wo seid ihr? Welche Richtung ist er? Oh, da sind die Spinnen. Hey, hey, ich komme jetzt gerade nicht zu. Da ist er. Du der Rücks. Fabi, wir müssen rüber. Ja, warte, ich geh. Die paar Stacks noch. Ab ihn. Schau, wie schnell das geht. Oh mein Gott, Level 400. Scheiße. Oh, ich komm, ich bin auf der falschen Seite hier. Scheiße, ich komme hier nicht runter, oder? Nein. Ach, Mann. Okay, gerne mal. Scheiße, nicht. Ah, ist diese. Alter, wie viel ich... Oh, ich hab keine Wüstung. Ne, ich auch nicht. Da war ein Neckdruck. Oh nein. Oh nein. Was ist denn der Drache? Kann ich mich mal mitnehmen? Oh, ich bin hier auf dem Berg irgendwo. Shit. Oh, 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 oh. Ich komm sofort. Ich muss grad den Weg noch finden in die richtige Richtung. Oh, ich bin runtergefallen. Das ist mein Tod. Ne. Ne, es ist aber momentan kein Fall, Schaden. Oh, ich bin jetzt grad schwarz. Äh, warm geworden. Schwarz war auch. Schwarz geworden. Schwarz geworden. Wie war'n das jetzt eigentlich bei diesen, bei diesen Viechern? Musst du jetzt... Jetzt kannst du den Drache eigentlich nehmen. Der kann dich nicht rassen. Die Sprotmutter kann mich jetzt... Die Musik sind immer... Die Musik ist immer so laut hier. Ja. Ich hab's aufs gepuckt. Die Pupo da spuckt gerade. Die Pupo da spuckt gerade. Die Pupo da spuckt gerade. Oh, shit. Oh, shit. Alter, wie viel Schlange! What the fuck! Ich hab' nicht. Heiliger Strauchnack. Alter, wir sind so viel Schlange. Alter, alle vier holen da unten. Agent. Ja, ich bin gleich tot. Ich hab' nicht mehr geblieben. Ja, fuck. Nein! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja, aber warum steht der Dodo rechts? Nein! Dodo rechts. Ich bin tot hier. Ja, genau. Ich hab' dir gesagt, das soll jetzt hier einen greifen. Aber macht eigentlich nicht. Oh, okay. Oh, mein Gott! Boah! Hatte keine Hand... Eine Handgranate? Wie so viele Spinnen, die hier drin sind. Das ist ja auch schon wieder schnell gegangen. Ja, aber irgendwann, wir haben... Wie viele Drachen haben wir denn jetzt hier? Diesmal hab' ich was bekommen. Jetzt haben wir grad 4... 10.000. 4... Bei 4, 5 Drachen. Ist doch logisch, dass hier so schnell drauf ist. Ja, wo ist ein Drachen natürlich dazu. Ah, was liegt da hinten tot rum? Ist das ein Drachen? Bitte nicht aufwenden. Ja. Da hat's einen Drachen erwischt. Nur eine Spinne läuft da hinten rum. Die mach' ich jetzt platt. Oh, Merdo! Merdo, ist nicht lootbar. Oh, Level 140. Autsch! Jetzt noch den Drachen spawnen lassen. Ja. Ähm, aber... Ja, am Arzt. Ist das ein Wilder? Nee, der ist doch gezählt. Der ist doch grün. Guck mal, grüne Schrift. Ach nee, der ist... Das war ein Wilder, oder? Das war Wilder! Level 140 Drachen! Ich komm schnell weg! Ich komm schnell weg! Ich komm schnell weg! Nein, den müssen wir jetzt da... Weg mit ihm! Das ist... Ich kann das nicht sehen. Vor allem hat er schöne Farben. Oh, was ist das? Das war nur Sp... Alter, wie viel Leben! Ich kann das nicht... Die aussieht echt, wenn die so falsch rumgedreht... Hier rumsteht. Ich frage, ob's noch da? Dass es mit dem Dodorek sitzt? Wo denn da jetzt hin? Also von der Brutmutter habe ich jetzt nix gekriegt. So, der Rest abstrakten da, ja. Ich hab' eine Garilla-Flagge. Ich schon. Ja. Ja, ich hab' auch... Und ich bin selber ver... Oh, ich bin K.O. Kann mir einer aus dem, der mich sonst noch reinhauen? Wo bist du? Ich hab' keine mit. Ich bin K.O. neben dem Dodorex. D-Dodorex, Dodorex, D-Dodorex... Und ich komm' zu dir, ich hab' falsche. Ah, jetzt bin ich wieder aufgewacht, Leute. Ach so. Ich frage, dass man kann... Man kann Schwib mit Glitter, mit Giftgranaten töten, ja. Jupp. Ah, Thorsten grundsätzlich gerne, aber die sind leider nicht... Also, ich find's nicht im Dossier. Muss ich nachher schauen. Ach so, okay. Ich hab' auch nix angezeigt. Ich muss uns sein. Ich hab' auch nix angezeigt. Von Dodorex. Oder von Affen, oder von... Ja. Den Affen kriegst du eigentlich im Dossier. Ja. Ja, aber ich hab' von... Ja, aber... Also, vom Dodorex kriegst du außer der Maske sowieso nix. Leider. Kann irgendjemand den Dodorex mal ein bisschen mit Force werden? Was mit... Was... Was... Was machen wir denn? Gab's, dass das noch was bringt? Keine Ahnung. Ob noch was kommt jetzt oder nicht. Drei Minuten noch. Drei Minuten können wir noch irgendwas legen. Da hinten ist ein ries... Ein ganz großer Drach. Ein ganz großer Drach. Oh Gott. Du böser Drach. Boah, ich geh auch nicht extra zu dem Kanu hin. Jetzt wird der gefressen von einem Drachen. Hehehe. Schwenk auf. Zum nächsten. Also, ich kann... Ich kann gar nicht so schnell klicken. Der Drache ist so groß, aber... Was? Ich muss gerade echt sagen. Der Autoclicker. Uh, was ist das denn da hinten? Ich hoffe, der ist Level 1, ne? Nein. Ach so. Ähä. 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 Ja, nun, wenn das... Boah. Ja, nun, was, was ich mich jetzt grad frag, wenn das der gleiche ist, als ich einmal aus Versehen gespawnt hab. Ja, es ist ein Lieber. Dann tut er gar nix. Ach ja. Also blöd schauen. Ja, war da mal. Ja, der kannst du nicht. Der greift sich nicht mit. Was kann ich? Was kann ich für mich in die Anweite? Gar nichts. Ich probier's grad. Ah, jetzt nicht. Boah, ist ja heftig groß. Das passiert gar nix. Gott, die... Small Dragons... Das ist ja voll im Kindergarten. Boah. Einmal Forsttime, bitte. Ohhhh. Ohhhh. Ja, one-headed alles. Nee, Forsttime doch nicht. Ich möchte mich jetzt... Dafür will ich mich... Aber kann man den... Kann man den betäuben? So... So drei Stunden... Drei, vier Stunden hinstellen und dann Sam mit Bären. Pfff. Da geht... Steht... Steht... Alter, wie groß sind die... Die andere Brachen sind ja Babys da gegen uns. Ähm. Weiß nicht umsauce Small Dragons. Greift der denn an, wenn er angegriffen wird? Nee, wir greifen ihn ja gar nicht an. Nee, nee, ich mein ja jetzt von... Von... Ne wilden Tier. Oh, was sind das für Geräusche hier die ganze Zeit. Oh, oh. Kano von hinten. Kano? Kano, Kano? Das tat mir jetzt richtig weh, ne? Das ist ja auch, ne? Hehehe. Hehehe. He ist auf Kano, der macht Lockkopf. Na, der hat jetzt gar nichts geht. Ich glaube das... Der hat jetzt tot auf der Kopf. Aber vom Drachen hab ich nix bekommen. Alter! Na, vom Drachen hab ich ja nix kriegt. Alter? Alter, wie unser Octavis abgeht, aber jetzt geht er richtig ab. Wie? Mit der Rakete... Wenn der aufs Geht geht, dann will der was! Der, hat... ...für 182km... Gott, wer das... den fluss hat die garten liegt bei mit ihm für nix ich weiß schon ich fliegt trotzdem einmal mit ihnen die ansel ich glaube die jengen ins ist die habe ich die einzige insel die am meisten ausgenommen wird ja hier wird immer alles gemacht ich hab mich immer schittin alter kann ich gar nicht lenken ok das übel wie die luft gerade grindet ich glaube das war es ja dann ne 28 sekunden noch ja vor allem er verschwindet dann wirklich instant so wupsack ja es war alles alles aus dem inventar nehmen ja wir können ja alle noch happy birthday arg singen äh ich bin erkältet das ist uns arg du hast verbockt alles team ist args wie oft der viertes wie einfach beim bing mit das so jetzt habe ich aber noch was für euch gut gut lebt es vielleicht war ich daraus geordnet aber auch was hast du für uns auf der hellen seite rennt was rum aber auch ein kürzelt juhu er wurde trache er hatte er ist wohl unsere tracht er hat mein tag an die händige immer mit drachen als mit drachen schön mit den mit den fäusten prügeln ich bin er ist auch ein halbortier und wird furchtet er ist doch nicht bei einem drachen die reihe ihr wollt was spart wir haben heute und das zählen es liegt gut gut weil es ist mal ich habe mich ich mache mit abstand Der Akkutat ist low Ja, nimm den Drache Was mit dem Drachen auch? Das ist ein Strike-Krank, das trinkert 35.000 Leben Aber nicht voll geheilt Scheißegal Ich? Oh, meine Rifle ist kaputt Gott sei Dank ist Friendly Firehouse Oha Das hat der Bauch Sei schlaue Mensch Der ist gleich tot Hat schon Schaden Der Trike lebt ja noch Na klar, das ist der Ultra Trike Dem können wir gleich 250 Level Hochboosten Er lebt wirklich noch Ich sag ja, Tanki Dude Ist er tot? Ja Ja Der Trike hat ihn gekillt Sieht ein bisschen komisch aus, wie er liegt Der Arme Du lootest ihn, ich will auch Ach, mal roh, ne? Aber es ist stimmt, also mit den Drachen ist das alles viel zu einfach Ja Ich hab mit dem Metallbogen drauf geballert Sag mal, wie viel Level hab ich das dazu bekommen? Was ist denn jetzt los? Ja, das waren 300er Alpha, Rackste Meine Fresse, was ist denn hier kaputt? Oh, weißt du was? Guck dir jetzt mal den Trike-Speed an Hahahaha Das Teil hat 40k Leben Alter Super, das hat ein richtiger Tank jetzt Jetzt hat aber glaube ich keiner so ein Rex, also so ein Trophie gekriegt, ne? Ich hab'n Schweigel Ich hab'n Schweigel Ne, ich hab nichts bekommen Das ist egal Ich brauch'n, ich zieh's sowieso nicht an Oh, hier stapelt jemand scheiße Aber vom Grach haben wir nix bekommen Na, von dem ist gar nix kommen Wir können hier'n scheiße Schneemann machen E'n scheiße, scheiße Mann machen Ich hab'n hier schon angefangen mit zwei Kugeln Nein, wer hat's weggenommen, nein! Ich wohnt Warte Nein Nein Ja Ja, euch ab Oh, das ist der Compound-Boden, ne? Den du da hast Wie viel XP gehabt denn der Phil das gerade Der Einzige, der sich hier drin in Scheiße verstecken kann Das bin ich Geil, ich jetzt nicht wirklich wär's dich in einem Scheiße oben verstecken kann, oder? Geh' aus meiner Scheiße raus! Geh' aus meiner Scheiße raus! Nein Rex, bleib mal stehen Oh, okay Wir machen jetzt den Scheiß Wir machen jetzt den Scheiß Wir machen jetzt den Scheiß Warte Geht nicht Geht nicht Ähm Ich hab' nur Narko-Bären Guck mal, der Turboquick Egal, mach einfach alles Ich bin ein Scheißhaufen, ich bin ein Scheißhaufen, ich bin ein Scheißhaufen Guck mal Guck mal, der Unterschied jetzt ist so ne Sattel Nein, man sieht mich Verstecken Nein Machen wir mal Sattel rein Es ist schön warm, sag ich euch Nein, das ist hart Wollen wir rauchen, okay Okay Das ist hauptsächlich Sattel Das war's ja dann eigentlich so gesehen, oder? Ja Ah Sieh' mal, hat doch das Geburtstag-Event mit dem Dodo Geburtstags-Rex doch eigentlich doch alles Ganz gut geklappt Jo Ey, mein Metallpfeil Aber wenn du mich fragst, ist es von Arx selber ziemlich mau Ja, ja, find ich auch ein bisschen doof Na, was hat denn... Ja, früher musste man ja immer, oder... Man musste ja solche Hühnchen... Hütten Ja, dass man solche spezielle Knochen kriegt, damit kann ich... Ich hätte doch mal ein Leechi mal mitnehmen sollen Der hätte jetzt bestimmt irgendwie 100 Level bekommen Alter, was ist das für ein Quetzal? Der geht ab wie Schmitz-Katze, ja? Das leidet ja richtig Das ist, wenn die zu schnell sind, das ist wie unser Spino Die springen dann einfach aus dem Wasser oder so Stand auf den Tor Von wie wissen der? Der ist grad von Level 169 auf 290 hoch Äh, ich weiß, dass ich Videos gemacht hast, aber er hat mich grad eigentlich aufgesammelt Ich steh grad hinter dir aufm Quetz Okay Ja, also dann sag ich auf alle Fälle Danke fürs Teilnehmen, ne? Ja, und... Danke an alle, ne? Das war super Hat Spaß gemacht Ja, war lustig Alter, wie schnell ist der Quetzal, Alter? Wer... Von wem ist denn der Quetzal jetzt? Von Finden Alter, wie schnell er ist Ja, das war ja 300 Speed oder was? War heftig Ja, das war ja heftig Ja, das war ja und ich wollte es ja nicht Ich würde den hier nicht aber umtaufen von Bips in den Kopf Ich würde den hier nicht aber umtaufen und die Tränen in Ziecher oder Fräulein oder Ich würde den hier nicht mehr außen denken Alter, was da schon sind Ja, das war ja, das war ja Timexj00, das war ja das Ich würde ein paar Meter Was war das nennen? das ist die nächste Bödinger der Welt das macht es ist eben so ist es ist ein Hubschrauber hier da war der Bruch ich weiß nicht so schnell was denn sie ist das weiß keiner das ist die Zolle sich ja wieder was von der Japaner Fliegelhausen und das dauert ein Prozent 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 und jetzt heißt auch abzumachen die Schilderung ich bin ein denn so herrte einfach und sie zuvor die Flinte das ganz brauche er hat sich an ich bin immer wieder so gut ist er gespürt wird es externe Sprung hat sich als Faktor hat Alfa gehört die Städte und die Gäste fliegt so schnell durch die Städte von Bord der Falle ist ein Partizierer das ist die Gäste Bordner was seit der St die Trüben ist alles gespawnt wieder heftig wie schnell das Ding ist Kann schon schnell einen Drachenkonkurrenz machen, ne? Aber locker, guck du mal, wie... Wir sind jetzt schon zu Hause. Alter, fliegende Vogel hier, wie schnell der ist, ja. Juhu! Oh! Hey, warte mal! Oh, dann Turmfertig. Ja, fast, ich muss da oben noch... So, wir, nur wieder mal die Frage, wer hat jetzt keine Brutmutter-Trophy? Ich... Ich hab... Ich auch nicht. Okay, andersrum, wer hat... wer hat einen? Ich... Ich... Mimimimimi... Ich hab... Ach, doch, von der Brutmutter, die habe ich. Ich hab von dem Affen die nicht bekommen. Ja, aber dann mal, 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 mal die Brutmutter. Ja? Ja, vom Affen, den hab ich auch nicht. Ich hab alles. Also, ich hab auch alles. Ich hab auch alles. Bist du im Koch, wie heißt, du das gemudern hast? Was? Ja, du hast doch so... Nein, oder? Wo kann man den machen? So, Leute... Dann musst du eine Vorlage runterladen und anrollen. Aber ich weiß jetzt noch immer nicht, wer jetzt noch was... Also, wer noch nichts von der Brutmutter hat. Ich... Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.